Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlich Willkommen zurück. Ich habe mir gerade meinen Rülpser mega runter geschluckt. Herzlich Willkommen hier zurück bei meiner kleinen Lokomotive. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit. Wir kommen auch gut voran. Meiner Meinung kommen wir gut voran. Ich suche jetzt hier gerade mal eine Riesenstadt von denen, die wir noch mit anklopfen könnten. Was tut denn? Eine... Okay, dann müssen wir hier mal noch Versorgungskurve ziehen. Habe ich dann vielleicht vergessen. Was kann ich dafür, wenn deine Mitarbeiter meinem Konfekt nicht widerstehen können? Ja, ja, deine Mitarbeiter... Einer deiner Züge tut nicht, was er soll. Ja, vergrößern wir uns hier einfach mal ein bisschen. Alter, das mit Kontrahenten ist schon ziemlich, ähm... Ganz ehrlich, ich bin schon ziemlich hardcore. Ähm, weil das... Naja, wie soll ich das sagen? Die Eltern sind damals aus Europa eingewandert. Ich weiß nicht genau aus welchem Land. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Haben wir gleich wieder gefeuert. Sie sind gestorben, als ich zwei Jahre alt war. Ich sollte mich mal wieder um Städte kümmern, dass alle wirklich meine Materialien haben, die wir wirklich benötigen. Rinder und Holz brüchten wir hier. Also, Poledo braucht Holz. Oh. Ich würde mal sagen... Ja, ist nicht am Schienennetz angeschlossen. Genauso wie dieses auch nicht. Und deswegen kommt das mit... Mit der Dingens. Okay, dann wollen wir uns mal darum kümmern. Okay. Nee, andersrum, bitte. Irgendwie... Kein andersrum. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine neue Eisenbahn. Und zurück fährt er dann mal nach Indy. Und dann da hin. Und dann fährt er wieder so. Genau. Lokomotive. Ja, volle Pulle. Da steht nämlich nur 100%. Dann haben wir uns hier ums Holzproblem gekümmert. Was diese Stadt ja hatte. Wir müssen immer nebenbei auf unsere Finanzen. Wir haben jetzt 15 Millionen Leute. Wir müssen immer so ein bisschen gucken, was die Konkurrenz macht. Da, Prixi von Pump hat auch schon 12 Millionen. Also, die Alte wird gerade richtig derbe. Die breitet sich gerade so derbe aus. Was ist das denn hier? Was ist denn Leben? Ja, wer braucht denn Leben? Bauholz bräuchten wir. Das sind Bretter. Wir brauchen Bauholz. Wer steht denn Bauholz her? Ah, die. Also müssen wir von hier aus einen Bauholzzug nach oben noch schicken. Okay. Also von hier aus nach da oben Bauholzzug. Alles klar. Haben wir uns dann auch drum gekümmert. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ach, hör auf, mich zu ärgern, du blöde Kuh. So. Das habe ich selber gegeben. Was braucht ihr denn hier? Kühe und Baumwolle. Okay. Kühe und Baumwolle. Werden wir hier mal gerade einen Bahnhof anschließen? Und dann? Und. Ja, brauchen wir nicht. Raumwolle und Höhe müssen wir noch runterkriegen, Leute. Müssen wir auch von hier aus eine neue Zuglinie machen. Und zurück halten wir hier an und können dann da die Leute umsteigen oder was weiß ich, was sie gerne möchten. Haben wir dann auch. So sieht das alles schon gar nicht so schlecht aus. Da haben wir uns dann hier auch mal um die Stadt und um die Stadt jetzt gekümmert. Wie sieht es mit dir aus? Du brauchst eigentlich Weizen. Ja, Bier haben sie einfach wirklich zu viel. Welche Stadt bräuchte denn noch Bier? Washington stellt selbst Bier her. Die stellt auch Bier her. Mein Gott, jeder stellt selber Bier her. Die stellt auch selber Bier her. Das ist jetzt wirklich so ein Problem, was man einfach hat. Jeder stellt irgendwo Bier her, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich das überall hinbringen soll, das Bier. Nach dem Tod meiner Eltern bin ich in einem Waisenhaus gelandet. Ich weiß, was du von Waisenhäusern zu wissen glaubst. Doch ich hatte Glück. Ja, wir bringen auch von hier aus schon so viel Bier weg. Und es gehörte einem alten Ehepaar, dass ich hingebungsvoll um alle Kinder kümmern kann. Ja, halt doch mal die Schnauze jetzt. Kann denn New York noch Bier gebrauchen? Ja, New York könnte auch noch Bier gebrauchen. Also, wir haben ja hier unten genug Bier im Lager, dass wir von hier unten mal ein bisschen Bier mitnehmen könnten. Ja, dann bauen wir mal eine Zuglinie von hier hoch nach New York und zurück. Äh, bräuchten wir einfach Getreide. Erst so dann dahin und dann zurück. Dankeschön. Wir brauchen natürlich einen schönen Heizer. Mal richtig Gas machen. Eine Million haben wir. Wir sollten uns vielleicht jetzt mal ein bisschen vergrößern, weil wir werden gar nicht mehr größer. Also, wenn ich jetzt nicht mir hier irgendwo noch einen Bahnhof mit reinklatsche in irgendwelche Städte... Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. ...neue Zuglinie. Warum? Scheiße. Ja, wir müssten dann hier... Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt... Baltimore findet sich ab. Report deckt Missstände auf. Freust du dich? Ich hab dir einen Artikel in der Zeitung verschafft. Ja, ich krieg Baltimore aber auch einfach nicht größer. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt gerade wirklich hier mal ein bisschen nachdenken muss, wie ich hier weiter vorankomme. Weil... Ich muss mich vergrößern. Wir müssen ja an die 20 Mille kommen. Und wenn ich mich jetzt nicht so langsam anfange, mich hier noch mit einzuspeisen in den hier Netz, haben wir echt bald ein Problem. Beendet sich ab. Ich hab jemanden zu dir geschickt, damit er sich etwas umhört. Also, ich müsste hier noch einen Bahnhof hinsetzen. Ein weiterer Bahnhof wäre in dieser Stadt wirklich nicht nötig gewesen. Hauen wir das nämlich hier mit in meinen... Hauen wir mal so. Okay. Auf. Und dann... Gehen wir noch nach hier unten. Was? Noch ein Bahnhof? Wie sieht das denn aus? Possession. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was benötigst du? Auch Getreide. Okay, dann nehmen wir von hier oben. ENTE. Und dann machen wir von hier unten. Obst und Zuckerrohr, Obst und Zuckerrohr, Obst, haben wir Zuckerrohr, zurück, soll er dann hier über die einzelnen Städte fahren, voll beladen, so, beschleunig die Wartung deines Züges um 20%, verringert die Kaufpreise deiner Lokomotiven, ja 26 Meilen, also wenn ich jetzt aber gucke, was haben wir jetzt, 27, also schneller sind die auch nicht, ne, also ja, ich bin der Meinung, wir sollten erstmal das freischalten und danach wirklich das freischalten und dann wären wir wirklich 2,5 Millionen, nein danke, okay, warten wir mal noch einen Augenblick, auf jeden Fall haben wir uns jetzt, normalerweise müssten wir uns jetzt richtig vergrößert haben, ja 17,8 Millionen, das ist schon eine Ansage wieder, 17,8 Millionen ist schon wieder eine gute Ansage, hier unten haben wir uns jetzt auf jeden, Möbelindustrie, in Möbelindustrie, Bürgermeister hat im Büro kontaktiert, wo soll ich eine Möbelindustrie bauen, in New York, ich habe jetzt in New York eine Möbelindustrie gegründet, ja da müssen wir Bauholz dahin bringen, darum sollten wir uns jetzt mal gerade kümmern, Bauholz, Bauholz, Junge, ich muss gucken, wo ich Bauholz produziere, hier ist Bauholz, also müssen wir von hier aus Bauholz nach New York bringen, von hier aus nach New York und zurück fährst fährst du dann über Baltimore, schnuff, 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 Washington, Pennsylvania und dann sind wir schon wieder da, zack, Lokomotive wählen, zack, so, und die sollten wir nochmal bearbeiten, haben wir nämlich gar keinen eingestellt, was von dieses hier überhaupt, Waggons, Speisewagen, Kühlwagen, Dienstwagen, oh Gott, nicht erforscht, okay, sollte reichen. 18,5 Millionen, ja hier haben wir noch eine Versorgung, machte doch, äh. hat aber auch nicht unbedingt andere Züge, so, jetzt haben wir drei, jetzt können wir nämlich hier, dass die Züge billiger werden, 96.000 haben wir sonst für unseren Hauptzug bezahlt, für diesen hier, wir können ja auch mal gucken, ob wir mal wieder welche austauschen könnten, und den könnten wir auch mal austauschen. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. 82.000, ja, ist okay, ne? Und natürlich einen Lokführer einstellen und hier auch eine Heizer einstellen, so. Sollte reichen. 18,5 Millionen, ich will mich noch irgendwo rein, was? Gewinne eine Aktion, du darfst die Lokomotive-Typ einsetzen. Hm. Dünnhan. Komm her, geh mal her. Dünnhan. Das kann man nicht gucken, ne? 70.000. Weißt du eigentlich, wofür du da geboten hast? Dünnhan. Da ist die. Okay. Haben wir eine neue Lokomotive gekauft, Leute. Alles easy, würde ich mal sagen. So, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall hier mal in so ein paar Städte von Dänen noch ausbreiten. Wir sind ja hier in New York. Von New York aus könnten wir uns eigentlich hier nach Alabama vergrößern, oder? Lass uns doch mal gucken, ob wir das hinkriegen, Leute. Ja, das wird so nicht funktionieren. Wir haben hier einen Abschnitt. Wir sind da. Boah, Buffalo. Auch geil. So nicht. Was soll der Bahnhof? Suchst du etwa Streit? Ja, geh mir nicht auf den Piss, Mann. 1,4 Millionen, Mutti. 2,5 Millionen, Mutti. 2,4 Millionen, Mutti. 2,5 Millionen, Mutti. Dazu scheiße. Ähm ... würde ich auch gleich viel besser, oder? Ähm. Ja, das soll schon gleich viel besser, oder? würde doch mal sagen das gefällt uns ja schon mal ganz gut das war der falsche 19 millionen sind wir jetzt unsere einnahmen fließen sehr gut irgendwo müssen wir uns noch einkaufen panne lokomotiv hat keine vorräte dann müssen wir hier mal noch einen versorgungsdingel hinbauen hier auf dem ganzen das haben wir auch noch mal ein so haben wir auch gemacht ich würde es schon ziemlich cool finden wenn man altimor wirklich noch größer bekommen würde aber wir haben keine rinder und kein alkohol keine rinder und kein alkohol ja gleich haben wir es eine halbe million fehlt nur noch leute eine halbe million nur noch war für lo hier oben ist nichts alter und da könnten wir so mein schieden jetzt das ist mein schieden netz und auf wenn ich will der hat schon ein bau doch nicht immer so 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 da kriegen wir die dingens und jetzt müssen wir mal gucken wer wo was herstellt mach doch mal zu hier bitte der nicht der auch nicht nach pennsylvania müssen wir was bringen also von hier oben hier nach pennsylvania dann zurück soll er dann von pennsylvania nochmal nach altimor fahren das vibrierte damals anfangs schlug ich mich mit gelegenheitsjobs durch vielleicht hätte ich da schon einen mann finden und ein schönes langweiliges leben beginnen können doch das wollte ich nicht schließe dieser dialog und den abschließenden bewertungen der leistung anzuzeigen wir sind durch schon wieder leute nächstes kapitel geschafft eigentlich noch ziemlich gut gewesen die technik und die kunst der waghalsigen eisenbahner hatten sich ausgezahlt innerhalb weniger jahre erstreckte sich ein lückenhaftes netz aus kurzen eisenbahnlinien von der küste bis zu den großen seen und brachte neuen wohlstand und eine periode dynamischer veränderungen das würde ich wohl auch mal sagen oh hier bleiben bald traten die ersten träume auf den plan die eine gigantische eisenbahnverbindung vom atlantik bis an den pazifik forderten die sogenannte transkontinentale verbindung doch wie sollte so ein gewaltiges jahrhundertprojekt finanziert und umgesetzt werden wo doch gerade die ersten schritte unternommen wurden präsident ich bin der präsident ich bin der nächste trump oh yeah oh yeah okay weiterspielen nächstes kapitel natürlich kapitel 3 ja aber das schauen wir uns morgen an leute ich sage erstmal wieder vielen dank dass ihr eingeschaltet habt bis morgen tschüss püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020